So, da sind wir wieder bei Silent Hill Origins, weiter geht's, immer noch verschollen in der Irrenanstalt und ich hab beim letzten Mal ein bisschen gebraucht, bis ich geschnallt hab, was hier abgeht, aber wir haben jetzt den Schlüssel zum Archiv-Interview-Raum, der komplett im oberen Stockwerk ist und ich würde sagen, schauen wir uns diesen Raum doch einfach mal genauer an. Vielleicht kriegen wir ja dort irgendwie einen weiteren Hinweis, was wir machen sollen, beziehungsweise, ja, den nächsten Gegenstand, den wir brauchen können, denn es ist immer noch Dr. Harris' Office im zweiten Stockwerk ist immer noch zu und das ist definitiv ein wichtiger Raum, das kann ich jetzt schon mal verraten. Ich glaub, dann nehm ich nicht zu viel vorweg, wenn ich sag, wir sollten nochmal ins Büro des Oberarztes gehen, sozusagen, denn durch seine Hände ist alles hier gelaufen, was hier in der Anstalt passiert ist, so wie es scheint. God fucking damn it, diese Viecher, man, sind schon ziemlich creepy. Okay, rein da, ich will nicht wirklich viel Zeit mit euch verbringen. Hier hat wahrscheinlich genug Zeit hier drin verbringen. Oh! Was? Wow, du hörst euch doch viel, jeden! Ich hab ihn vor, wenn ich den Schein in dem Haus gesehen habe. Ich habe ihn geworfen, meine Verantwortung. Meine Fresse und Blut. Ich bringe ihn in diesen Welt, also ich habe ihn aus. Die guten Schmerzen können die Schmerzen auskommen, sagen sie. Ich weiß, dass du, was ich gemacht habe, war falsch. Ich will einfach verstehen. Helen. Nein. Du möchtest mich schockiert, Doktor. Aber du kannst nicht. Ich kann weg, wenn ich will. Ich kann durch diesen Schrauben und in ihre Welt gehen. Diese Welt ist nur ein Tagdream. Helen? Wann werden sie mich mein Junge bringen? Ich kann auf den Regalen nichts sehen, was ich gebrauchen könnte. Aber die glaubt auch jeden Vollidioten. Irgendeiner, der Briefträger, schlechten Tag. Ey, dein Sohn ist voll, der ist voll der Teufel, der ist besessen. Oh mein Gott, ich muss ihn töten. Was zum Teufel? Helen? Eigene Meinung. Denk drüber nach. Verdammt. Wohin guckst du denn? Irgendwas interessiert dich doch hier. Spulen voller Aufnahmen, die bis auf den Boden reichen. Man muss ja auch dazu sagen, dass Regale fast leer sind und das meiste auf dem Boden liegt. Also so fancy ist es dann doch nicht. Tu nicht so, als wenn es mehr Aufnahmen wären, als es sind. Aber man muss sagen, es sind genug, definitiv. Komisch, hier ist das interessiert ihn gar nicht. Obwohl er hier die ganze Zeit... Ah, Dankeschön. Dankeschön, genau das wollte ich doch hier. Die Munition für Schrotgewehr. Aber viel mehr können wir hier nicht machen, außer durch diesen Spiegel gehen und die andere Welt wieder betreten. Und dann einfach mal schauen, was wir hier in diesem Raum vorfinden. In dieser Welt. What the fuck? Okay. Das ist auf jeden Fall relativ schmutzig. Das haben wir ja schon erwartet. Das ist ja nichts Neues, dass es hier so aussieht. Ich kann hier nichts brauchbares hinterher. Ich auch nicht, weil ich absolut nichts sehe, weil die Kamera gerade wieder ein Bullshitter ist. Lass mal ganz kurz gucken. Was ist denn hier so fancy daran? Oh! Ich weiß, was daran so fancy ist. Wir waren nämlich noch gar nicht hier auf der anderen Seite, denn diese Haupttür hier vorne im Treppenhaus war die ganze Zeit zu. Alles klar, das ist dann doch mal auf jeden Fall eine Neuigkeit. Und ich würde sagen, ab dafür. Direkt mal die anderen Türen austesten. Gucken, ob wir überhaupt die anderen Türen begehen können in irgendeiner Weise. Das ist defekt. Das ist auch defekt. Oh shit! Ich weiß noch nicht so wirklich, mit was ich es jetzt zu tun habe in dem Raum. Und ich muss schon sagen, wenn man von Unbekannten verfolgt wird, ist es noch viel schlimmer, wie wenn man weiß, was hinter einem herrennt. Also das weiße halt jetzt hätte ja schon immer so der Fall gewesen, dieses Unwissen. Was zum Teufel, ich habe da irgendwas gesehen im Dunkeln. Oh Gott, da steht irgendjemand und dann ist es letztendlich wirklich nur ein Schatten, der dich aber angreift und dich töten will. Selbst die Schatten sind gefährlich hier. Okay, Polyward, TBward. Ich habe hier in dem Hauptraum nicht wirklich viel angeschaut. Aber dafür gucke ich einfach hier jede einzelne Tür an, denn der Raum scheint soweit frei zu sein. Ich höre zumindest niemanden. Kein statisches Rauschen wirklich. Ganz leise im Hintergrund, aber das ist ja nichts. Es ist ja der Soundtrack von Silent Hill, das ist das Rauschen von dem her. Ist ja normal, dass es hier ist, ganz klar. Es hat sich immer angesiedelt, war hier einmal im Urlaub, dachte ich irgendwann so, hey, hier könnte ich mit meiner Familie hinziehen. Seitdem lebt das statische Rauschen in Silent Hill. Deswegen ist es auch allgegenwärtig. Kann ich mir diese Seite noch anschauen? Warum eigentlich auch mal nicht? Gehen wir da offenbar runter. Ich mache es jetzt total unzusammenhängend. Ich weiß, normalerweise gucke ich mir eigentlich Bereiche immer erst komplett an, bevor ich dann irgendwie weitergehe. Aber warum eigentlich auch mal nicht? Tür ist offen, also warum gehe ich nicht mal hier runter? Und schau mal, was ich hier so anstellen kann bisher. Oder ich finde hier unten schon das Rätselösung. Das wäre natürlich noch angenehmer. Ich bin zumindest guter Dinge, dass hier niemanden drum steht. Aber hier könnte... Ja, siehst du, eine Werkzeugkiste. Hier könnten, wie gesagt, Waffen und Gesundheitstränke, Munition und Ähnliches rumliegen. Deswegen haben wir mal in alle Ruhe hier durchgucken. Okay, ganz unten können wir rein. Und ich muss mir erst mal ganz kurz einen Überblick verschaffen, was ich ganz unten hier... Okay, okay, ganz unten heißt hier wirklich ganz unten. Wir sind schon mittlerweile hier im Keller angekommen. Gut, dann wird wahrscheinlich diese Tür ja auch zu sein. Da in die Mitte rein. Okay. Dann mal ab dafür. Ja, die ist auch defekt, beziehungsweise komplett zu, wie auch immer. Shit, da ist wieder so ein großer... Shit, da ist wieder so ein großer... Ach, du heilige Kacke, okay. Du gleich schlängelt, wollte ich was sagen. Ja, schlängeln sieht anders aus. Also eine fette Schlange würde so aussehen wie dieser Kerl. Ja, okay, das... Da lege ich vielleicht noch mein Wort mit drauf. Aber der Typ... Nein, 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 nicht wirklich. Wenn Schlängeln das ist, was Relaxo und Pokémon macht, dann... Dann ist er wahrscheinlich relativ gut im Schlängeln sogar. Okay, lass mich mal ganz kurz gucken. Ich hier wechsle in die andere Welt. Wenn ich auf jeden Fall schon mal in der Ecke angelangt, in der ich bisher noch nicht war. Das ist schon mal ganz gut. Denn, wie gesagt, auf die linke Seite im Keller, das ist ja bisher tabu gewesen für uns. Konnten wir ja nicht hin, war ja komplett zu, aber hier liegt auch eine Notiz. Amber Zwischenfallsbericht Berichtender Mitarbeiter Simmons Beschreibung des Zwischenfalls Ein Junge konnte ungehindert das Sanitarium betreten und die geschlossene Abteilung der Frauen gelangen. Die Türen waren nicht abgeschlossen. Er betrat das Zimmer 5 der geschlossenen Abteilung, wobei ihn die Pflegerin Michaelis beobachtete und mich daraufhin alarmierte. Der Junge war der Sohn eines Besuchers und wurde von seinem Vater entfernt. Versäumnisse Die Türen zur geschlossenen Abteilung der Frauen wurden von der Pflegerin nicht ordnungsgemäß verschlossen. Die Mitarbeiter im Empfang haben es versäumt, den Jungen bei seiner Ankunft im Hochpartei wahrzunehmen. Empfehlung Alle Mitarbeiter sind daran zu erinnern, die Abteilungstüren zu verschließen. Die Mitarbeiter sind durch die Abteilungsleiter zum Urbrief. Was zum Teufel? Ihr habt die Geschlossene nicht verschlossen? Das sagt doch der Name. Wie kann man das vergessen? Das wie wenn du sagst Ey, Peter, wie heißt sie nochmal? Das macht keinen Sinn. Geschlossene Abteilung gehört zugeschlossen. Punkt. Sonst wäre es ja offene Abteilung und die ist nicht zu, weil sie offen ist. Ganz genau. Haben wir wieder mal was gelernt. Gott damit. Was für Leute arbeiten eigentlich hier in dieser verdammten Heilanstalt? Ist ja furchtbar. Okay, das ist auch nur wirklich ein kleines Eckchen für mich hier, dass ich hier durchkomme. Beziehungsweise hier zu den Treppen komme. Ist auch defekt. Joa, dann wahrscheinlich das Treppenhaus wieder mal. Shit, what? Das klingt wie wenn hier irgendjemand sich in dem Treppenhaus aufhalten würde, oder? Oder im allgemeinen Stockwerk drüber. Ich kann es gerade extrem schlecht erkennen. Auf jeden Fall. Die Hintergrundgeräusche sind nicht so toll. Nicht so angenehm. Also sie sind toll. Sie sind unglaublich atmosphärisch und genial eingesetzt. Weil wenn ich mich nicht so toll in solchen Games fühle, das heißt es, dann haben sie schon mal schon ganz schön viel richtig gemacht. Okay, ähm, das wäre die andere Seite hier vom West-Solarium. Warum auch einfach mal nicht. Achso, hier können wir eh nicht weiter hoch. Okay. Hat hier übrig. Hier können wir eh nicht weiter hoch. Gut, dann gehen wir da lang. So, können wir auf die andere Seite dieser... Nein, auf diese andere Seite können wir nicht gehen. Yes, jetzt habe ich die entsperrt. Sehr gut. Habe ich mir auf jeden Fall schon mal einen guten Weg wieder aufgemacht, um nicht durch hunderttausend Spiegelkabinette gehen zu müssen vorher. Was ist denn hier passiert, bitte? Also es ist ganz offensichtlich, dass der Boden fehlt, aber das interessiert ihn halt auch nicht. Das ist ja gar nicht. Oh, okay, da fällt Boden. Whatever, whatever. Wir gehen weiter. Okay, da ist zu. Das heißt für mich eigentlich, dass... Was heißt das für mich eigentlich? Hat mir der Weg jetzt großartig was gebracht? Hm. Mal ganz kurz abchecken, ob ich irgendwelche Türen noch nicht begangen habe. Gut, hier in dem Bereich halt nicht, ja. Ja, aber ich meine, wie gesagt, ich habe mich ja jetzt zweimal wieder durch Spiegel gebeamt, während ich... Was ist das hier eigentlich für Zeug? Mit braunen Kreuzen auf blauen Kisten? Ist das irgendwie... Neues hier mehr? Also ich fand irgendwie rot auf weiß irgendwie besser. Weiß auch nicht. Braun auf blau sieht irgendwie aus, wenn... Ja, ich meine, wir sind in einer Heilandstalt. Ja, wenn jemand seine Scheiße darüber geschmiert hätte, ich sage es einfach mal so, wie es ist. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Die mit dem braunen Kreuz klingt... Also beim braunen Kreuz würde ich eher Kot als Blut spenden. Von dem her... Checkt eure Prioritäten verdammt nochmal. Okay, bingo. Einfach mal zurückgehen. Und die anderen Ecken noch ein bisschen anschauen. Und das ist wirklich... Also die Heilandstalt ist unglaublich groß, aber es ist halt irgendwie auch nur... Ja, ein Zehntel davon offen, wenn überhaupt. Es ist schon irgendwie... Bisschen strange. Also ich meine, bei den anderen Silent Hill Games bisher war es ja auch so. Ja, ähm... Areale waren zu. Das ist ganz klar mit kaputten Schlössern oder... Goddammit! Das ist ja gut. Klasse, wie da was machen wir aus der Tür rauskommen. Sucker. Okay, davon ist auf jeden Fall zu, habe ich gerade eben gesehen. Das muss ich gar nicht erst versuchen, da irgendwie... Weiter zu kommen in die Richtung. Okay. Jetzt mal schauen. Es gibt aber auch gar keine Türen, auf die ich hier in irgendeiner Weise achten muss. Uah! Holy shit, ist ja gut. Das Essen kann hier nicht so gut sein. Altersschwache Sicherungskasten. Hallo! Und jetzt gerade fängt er an, casual zu joggen. Ne, nicht cool, man. Gar nicht cool. Zuallererst schaue ich mir den Storage an. Der blockiert es. Okay. Dann erstmal ins Treppenhaus rein. Das muss man die Situation dadurch ein bisschen entschärfen. Oh fuck, die sehen halt alle gleich aus. Die sehen halt alle gleich aus. Steht nur ein bisschen anderes Zeug drin. Okay, hier ist auch... Gar nichts. Keinerlei Ammo, keinerlei Healthdrinks, keine Waffen, nichts. So. Welche Ecke sind wir letzt... Eigentlich gelandet. Theoretisch im Nordwesten von dem Ding, oder? Ja. Männerabteilung. Müssen wir da rein? Oh, da können wir rein sogar. Da können wir sogar rein. Das heißt, es wird unser nächster größerer Bereich, den wir jetzt hier checken müssen. 50 Türen von denen... Hm, lass mich raten. 5 aufgehen vielleicht. Okay, 50 war jetzt übertrieben. Aber... Oh Gott. What the shit? Was seid ihr denn? Das sind ja nochmal andere. Oh fuck! Ach, das sind Krankenschwestern. Ladies, ich hab euch gar nicht erkannt. Ihr sollt euch eine andere Anmache überlegen. Ganz ehrlich, es zieht nicht mehr so wirklich. Also... Ah, Infirmary. Verdammt. Da war noch eine Tür. Infirmary ist meistens eine Tür, die... Auf ist eigentlich. Also wenn ich jetzt mal einfach nur zurückdenke... Das ist jetzt mal nicht auf Fakten-Base jetzt und einfach nur... Gefühlt von meinen ganzen... Durchläufen jetzt bei allen Silent Hill Games waren die Infirmary-Türen meistens auf. Oh, wie recht ich wieder mal habe. Ah, Speichelpunkt. Hey, schön. Speichelpunkt, okay. Das heißt, es ist schon mal ein sicherer Bereich auf jeden Fall. Hier kann mich nichts anfallen. Nur Plunder. Hier gibt's nichts für mich. Ist einfach nur Müll. Ach, was seid ihr denn hier für hübsche... Auf diesen verzierten Vitrinen sind 5 Miniaturpuppen befestigt. Einen Blick darauf werfen. Yes. Okay. Blaue Pillen. Haben wir hier Viagra. Mais. Und Hanfsamen. Der hat einen Stash, Mann. Holy shit, die Popper hat einen Stash. Bist du ein Mädchen oder Junge? Okay, also... Der ist hier... Das ist mordlustig. Was hast du da für eine Hand? Ist das eine... Mistkabel oder was soll es sein? Ein Rohr, aus dem ein Käfer rausguckt. Der verwirrt es, warum seine Wohnung gerade von einem geisteskranken roten Kerl zerschört wurde, dessen Unterkäfer nicht mit seinem Schädel verbunden ist. Der Dürre, der der sich selbst schneidet, oder der mit dem Stash? Wir haben die Wahl. Wir müssen... Was müssen wir machen? Ah ja, okay. Pillen vergeben an die Einzelnen. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich für jede Krankheit oder für jedes Krankheitsbild die richtige Pille raussuchen. Nur brauche ich dafür erstmal ein, zwei Hinweise, denn das weiß ich auf jeden Fall nicht mehr auswendig. Ich könnte es probieren, aber... Oh, ein Skypell, okay. Immerhin. Ich könnte es rumprobieren, dann ist auch nicht Sinn der Sache. Vor allem weiß ich nicht, ob ich irgendwie... Ob es schlecht ist, wenn ich es einfach mal mache und es nicht stimmt. Wahrscheinlich passiert einfach dann gar nichts. So, ich überspeichere mal die Nummer 1 hier. Okay, interessant. Also fünf Krankheitsbilder, die wir haben, oder also fünf Püppchen, die da rumstehen. Der eine hat einen Stash. Ich weiß nicht, ist ein Oberlippenbart eine Krankheit? Kommt doch mal vielleicht ein Silent Hill schon. Vielleicht wird man da als krank angesehen, wenn man einen Oberlippenbart trägt. Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung, was sie hier für Werte haben. So ist das Pillen-Ding sehr gut. Schau ich mir mal Dorm Nummer 5 und die Suclusion nochmal an. Schau mal, ob die offenen sind überhaupt. Oh, cool, aber ich glaube, ich habe die Ladies hier abgehangen. Ist schön. Oh, die Suclusion ist offen. Warte mal. Fünf Türen. Fünf Puppen. Oh, ein Rollstuhl. Tja, wir müssen kriechen. Sorry. Ähm. Was ist das da? Rohre. Alles klar. Wahrscheinlich können wir da irgendwie reinschauen oder ähnliches. Oh ne, wir können reingehen. Rasierklingen. Alles klar. Das sind auf jeden Fall die Hinweise zu dem Rätsel, das wir da drüben mit den Pillen bekommen haben. Das ist ganz klar. Ja, jetzt haben wir hier Rasierklingen. Eine Rasiermesser gefunden. Okay, und alles, was das Einkaufsliste sieht, aus, als hätte jemand einen Unfall gehabt. Das Waschbecken ist vor Schmutz verkrustet. Schmutzige Toilette. Okay, äh. Ich kriege hier irgendeinen Hinweis darauf, was diesem Plan verschrieben wurde. Liegen hier Pillen rum? Wie sieht es aus? Was muss ich machen? Das ist die große Frage. Okay, die Eins ist auf jeden Fall der Rasierklingenkerl. Schauen wir uns die anderen mal an. Ich denke mal, dann werden die anderen vier auch auf sein. Und uns dann Hinweise zu den anderen vier. Nein, 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 nein. Oh. Die Außenseite ist verrustet. Alles klar. Das ist ein Brandstifter hier. Nummer zwei dann. Relativ offensichtlich, wenn sie verrustet ist von außen. Das ist ein Seclosion mit so normalen Schränken und so. Sieht aus wie in Apartmenten. Extrem shitty. Kleines Erwartement, aber immerhin in Apartmenten. Parfümflaschen sind unverschlossen, sodass sämtliche Inhalte schon vor langer Zeit verdunstet sind. Eine Kleiderpuppe. Und ein Schürhaken. Auch nicht schlecht. Okay, war das ja mit dem Stash vielleicht? Irgendwie sieht sich fancy an und deswegen ist er verrückt. Denkt ihr, er ist verrückt? Möglich. Oh, guck mal, ein Gummiknüppel und da ist auch eine Liste, glaube ich. Aha, wunderbar. Okay, Zimmer Nummer eins. Trisantium. Zimmer Nummer eins war, lasst mich mal ganz kurz überlegen. Äh, Rasierklinge. Also rot, Rasierklinge, rot. Dann Brandstifter, blau. Stash, gelb. Was auch immer. Schwer verriegelt. Okay, dann muss ich einfach der vierten die letzte Pille geben. So, äh, 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 was ist das hier? Ach du, was zum, das ist Fischchen da rein? Was ist das? Das ist eklig, das ist Essen. Haufenweise vergammelte Lebensmittel, äh, Lebensmittel riecht fürchterlich. Vergammelte Lebensmittel. Okay. Dann war das, was ich als Mistgabel interpretiert hatte, eine, äh, eine Fackel wahrscheinlich. Okay. Gut zu wissen, dass es eine Fackel war. Gut, okay, Leute, ich würde sagen, dann, äh, haben wir uns jetzt alle fünf Türen mal eingeschaut und wir gucken, dass wir dann den Püppchen die richtigen Pillchen geben und dann aus ihnen oder von ihnen wahrscheinlich den Schlüssel, einen weiteren Schlüssel, oder ich denke mal den für Dr. Harris Büro geben. Der ist die einzig noch verschlossene Tür, von dem her kann ich mir nicht vorstellen, was wir sonst noch kriegen sollten. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Bis dahin, haut rein. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.